Moin Leute, was geht? Mein Name ist Video Gamescomer auf der Playstation 4 und herzlich Willkommen zu GTA 5 Online. So, oh nein! Moin moin! Nein, ich wollte euch die geile First Person Ansicht im Bus zeigen. Scheiße, der Busfahrer, der ist ja ein Hammertyp, ey, das gibt's ja gar nicht. Na warte. Ey. Warte, ich hab alles im Griff, Juju Gamescomer macht das schon irgendwie. Ich zeig dem einfach meine... Nein! Digga, was machst du? Moin moin! Der fährt wir einfach weg, ich wollte ja eigentlich nur seine Karre klauen, aber ich muss ihn wahrscheinlich ausknocken mit einem gezielten Schuss. Das heißt, das wird ein bisschen schwierig werden, aber das kriegt man schon irgendwie hin, wenn man weiß, wie es geht. Boah, wenn dieser Kackbaum nicht da wäre, dann hätte ich es jetzt schon längst geschafft. Nein, der scheiß Bus ist verschwunden, oder? Ne, da hinten fährt der scheiß Bus noch. So, ich hoffe, ich hab mich noch im Auge. Jetzt muss nur noch ein Unfall dazwischen kommen, dann wäre das Leben perfekt. Guck mal, wie der Gas gibt. Das gibt's doch nicht. Moin moin! Ich glaub, der hat Todesangst oder so. Aber genau bin ich mir nicht so sicher. Wie schon gesagt, den Bus werden wir ausknocken. Er ist stehen geblieben. Er ist stehen geblieben! Nein! Das gibt's doch nicht, ist doch... Jetzt will der mich noch rammen oder so. Todesurteil. Komm, schau, ich muss den noch ausknocken. Yes! Getroffen! Hab zwar jetzt ein blödes Fahndungslevel bekommen, aber das ist mir sowas von egal. Jetzt gehen wir rein in den Bus in First Person und schauen uns mal das an, ob sich das auch wirklich so anfühlt, wie zum Beispiel bei einem Bus-Simulator. Hier, die komplette Frontscheibe ist weg. Da ist nichts mehr, da ist nur noch Luft. Und ich muss sagen, was ich sehe, übertreibt, äh, übersteigt natürlich wieder die Vorstellungskraft von mir. Es ist einfach fantastisch. Hat Rockstar Games eine tolle Arbeit geleistet. Hat mal ein bisschen gedauert, um euch dieses coole Gefährt zu zeigen. Aber mit dem Ding kannst du Spaß haben. Das Ding, da fühlt man sich wie so ein Bus-Simulator, ne? Jetzt ist gerade grün, jetzt ist gelb. Jetzt müssen wir halten. Jetzt ist grün, jetzt können wir fahren. Na ja, fahren wir hier lang. Moin, moin, noch alle am Leben. Ist auf jeden Fall eine nice Sache, der Bus. Äh, ja. Tötet am besten sofort den Busfahrer, sonst passiert das gleiche wie bei mir. Und ihr könnt wunderbar Leute überfahren. Es macht richtig viel Spaß. Und Verkehrsschilder. Und Monster-Sand hier. Hä? Hauen wir auf jeden Fall rein. Bis dann, euer E2 Gamescom auf der Playstation 4. Ciao. Kacke. Uuuh. 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 Uuh.